ThyssenKrupp gibt Robert Habeck die nächste Klatsche sozusagen. Es geht um das Vorzeigeprojekt, die Direktreduktionsanlage für grünen Wasserstoff und damit am Ende für grünen Stahl. ThyssenKrupp überprüft jetzt nochmal seine Strategie. Gestern kam das Handelsblatt mit einer Mitteilung raus, dass es womöglich hier noch zu einem Stopp der Anlage kommt. Und zwar wegen Gründen der Unwirtschaftlichkeit. Das ist mal wieder ein Tiefschlag für die grüne, ideologiegetriebene Politik von Robert Habeck. Jeder wusste es und ja, ich als Schlosser muss mich jetzt mal äußern zu grünem Stahl und zu Stahl allgemein. Denn niemand weiß meistens, um was es überhaupt geht. Aber damit erst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es stehen hier 2 Milliarden Euro Fördergelder auf der Seite der Bundesregierung für ThyssenKrupp zur Verfügung. 500 Millionen Euro haben sie schon bezahlt. Die wären dann quasi einfach weg verpufft. Heute früh ließ sich dann ein Sprecher von ThyssenKrupp dann hinreißen, um etwas zurückzurudern, dass man ja nur eine Strategieüberprüfung macht. Und bei dieser Strategieüberprüfung steht aber auch ein Stopp der Direktreduktionsanlage mit auf dem Zettel der möglichen Szenarien. Denn selbst wenn wir 2 Milliarden Euro Fördergeld geben, um diese Stahlreduktionsanlage in Deutschland aufzubauen, wird es danach vermutlich an der Wirtschaftlichkeit mangeln. Und das Problem ist nicht unbedingt, dass niemand grünen Stahl haben möchte, sondern welche Bedingungen wir hier zugrunde legen. Im Moment betreiben wir hier noch mit Koksöfen betriebene Hochöfen in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Dort wird Eisenerz mit Koks in einen Hochofen gegeben und im Hochofen strömt aus diesem Koks dann einfach CO, Kohlenmonoxid, das giftige Gas, aus und zieht aus dem Eisenerz noch ein weiteres Sauerstoffatom raus. Deswegen kommt CO2 oben raus. Auf der anderen Seite verflüssigt das Roheisen, was dann noch zu Stahl veredelt werden muss. Das weitere Verfahren ist das Reduktionsverfahren. Dort nimmt man die Möglichkeit, dass man ein Gas hat. In diesem Fall würde man jetzt Wasserstoff nehmen. Es würde auch Erdgas gehen. Und das Gas strömt ebenfalls durch das Eisenerz und zieht auch ein Sauerstoffatom raus. Und es bleibt aber am Ende kein flüssiges Eisen übrig, sondern das ist ein trockenes Verfahren. Es bleibt dann einfach reduzierter Eisenschwamm übrig, den man dann ganz normal nochmal im Elektroofen einschmilzt, um daraus dann Stahlerzeugnisse herzustellen. Das Reduktionsverfahren ist bewährt. Das gibt es. Das Problem ist doch die Ausgangssituation. Das, was wir in Deutschland bauen wollen, soll 100% Wasserstoff ready sein, was an sich auch funktioniert in der Theorie. Das Problem nur, bis der Wasserstoff bei uns ist, vor allem bis dann, wie Sie es wollen, grüner Wasserstoff bei uns ist, sind die Kosten so hoch, dass es sich nicht lohnt, diese Anlage bei uns zu betreiben. Wenn wir eine Wasserstoffdirektreduktionsanlage irgendwo in die Wüste von der Sahara stellen oder irgendwo in die Arabischen Emirate, wo der Elektrolyseur quasi nebendran stehen kann und am Tag 14, 16 Stunden produzieren kann, dann ist das mit Sicherheit ein sehr, sehr wettbewerbsfähiges Stahlproduktionswerk am Ende, denn der Wasserstoff, der aus dem Elektrolyseur kommt, der schickt keine Rechnung. Es ist nur einmal die Infrastruktur, die hier erzeugt werden muss. In Deutschland kommt jetzt ein zweites Problem hinzu und zwar der CO2-Zertifikatehandel. Ja, beim Wasserstoffdirektreduktionsverfahren fällt gar kein CO2 an, das funktioniert auch technisch, allerdings hat man bis zur Fertigstellung der Anlage überhaupt keinen grünen Wasserstoff. Wenn Sie das bauen, wollen Sie bis 2027 fertig sein, um diese Anlage in Betrieb zu nehmen. Der Witz daran ist ja einfach, Sie wollen dann, wenn die Anlage steht, das Ganze erstmal mit Erdgas betreiben, bis der Wasserstoff verfügbar ist. Und genau für dieses Erdgas müssen Sie dann CO2-Zertifikate einkaufen und das macht das Ganze am Ende unwirtschaftlich. Das Problem ist noch ein weiteres. Wir haben inzwischen ja schon Hochöfen in diesem Land, Stahlproduktion für ungefähr 11.000 Tonnen im Jahr und sie produzieren nur ungefähr 9.000 Tonnen, weil die Konkurrenz aus dem Ausland billiger ist. Das, was in Deutschland noch hauptsächlich produziert wird, sind inzwischen Spezialprodukte und vor allem Bleche für die Automobilindustrie, weil man da auch teilweise auf schnellere Bestellungen und Verfügbarkeiten angewiesen ist, wie wenn das der Fall wäre, wenn man das aus Südkorea oder aus China hierher schiffen würde. Ich bin aber Schlosser, wie gesagt, und ich habe auch schon Stahlprofile dann auf meiner Werkbank liegen gehabt. Die waren dann aus Südkorea, weil es in Europa für diese Form des Profils überhaupt keinen Hersteller mehr gibt. Diese südkoreanischen Stahlträger sind in Offstein in der Nähe von der Zuckerfabrik zum Beispiel eingebaut. Dann die Geländerposten für die BASF kommen teilweise dann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Quadratrohr, 40x40 Millimeter, gelasert mit Löchern. Da werden dann Gitterboxen voll mit diesen Dingern von da unten hierher geschickt und es ist am Ende das wettbewerbsfähigste Produkt. Aber ja, Robert Habeck will mit der Brechstange, dass wir in unserem Land grünen Stahl produzieren, für den es irgendwann bestimmt auch Abnehmer gibt bzw. wirtschaftlich gesehen, wenn man eine Produktionsanlage hat, die keine CO2-Zertifikate mehr braucht, vorausgesetzt es gibt diesen Wasserstoff zu günstigen Preisen in Masse verfügbar, dann ist jeder, der zum Beispiel noch mit Koks das Eisenreduktionsverfahren macht bzw. die Roheisenherstellung, hat dann natürlich den Nachteil, weil bei ihm auch natürlich viel mehr Schmutz anfällt. Wenn dann da oben nicht nur CO2 rauskommt, da kommt auch Ruß mit raus. Man hat die dreckige Kohle, die man reinfüllt. Selbstverständlich ist das das dreckigere Verfahren und am Ende wird wahrscheinlich das auch Wettbewerbsnachteile haben. Aber wir bauen mitten irgendwo in Deutschland ohne eine Infrastruktur ein Wasserstoffprojekt, was wir dann mit Erdgas befeuern und dann soll dieses grüne Wasserstoffprojekt, solange es Erdgas verfeuert, dann wieder CO2-Kosten bezahlen. Das ist dann Absurdität nicht zu überbieten. Herr Habeck, Sie werden es in diesem Lande niemals hinbekommen, dass Sie weitreichende Entscheidungen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen, gegen Marktgesetze treffen können. Sie versuchen es immer wieder und Sie laufen immer wieder gegen die Wand. Ich weiß nicht, wie oft Sie noch dagegen laufen müssen, aber vielleicht müssen Sie nur mal mit der richtigen Kopfposition gegen die Wand laufen. Also vielleicht mal den Kopf ein bisschen senken und ein bisschen schneller gegen die Wand. Vielleicht hilft das ja, damit Sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Der Boden der Tatsachen, wo es in diesem Land viele, viele Experten, Handwerker und so weiter gibt. Leute, Unternehmer, die noch mehr gemacht haben, als nur Co-Autor bei einem Kinderbuch zu sein und die vor allem verstanden haben, wie auch rein physikalisch eine Produktion von Eisen funktioniert, wie man aus Eisenerz über die Reduktion mit CO zum Beispiel das O aus dem Erz zieht, um am Ende FE zu bekommen und das Eisen kein Stahl ist, werden Sie sicher auch nicht wissen, denn Stahl ist veredeltes Eisen. Wenn wir das unbearbeitet lassen würden mit dem Roheisen, könnte man noch nicht mal sich ein Butterbrotmesser machen. So schlechte Eigenschaften hat dieses Material, was dann am Ende einfach aus dem ersten Prozess entsteht. Die Veredelung, wirklich die Weiterverarbeitung, die ist relevant. Die wird auch weiter in Deutschland stattfinden, wenn auch in geringerem Umfang. Wenn aber die Politik weiter solche völlig wahnsinnigen Entscheidungen trifft, die jenseits der Realität sind, dann wird es dann wie ThyssenKrupp gehen, die 500 Millionen schon mal einkassiert haben und dann auf einmal ihre Strategie prüfen und wenn Sie jetzt dann feststellen, dass das Ganze dann doch nichts bringt, dann werden Sie einfach den Bau einstellen. Es steht jetzt im Moment natürlich auch ein Verkauf der Stahlsparte wieder an von ThyssenKrupp. Wer hätte das gedacht? Es gibt einen tschechischen Investor, der hat schon 20 Prozent. Er verhandelt für weitere 30 Prozent. Und dann haben wir einen Mehrheitseigentümer aus einem anderen EU-Land, der von uns als EU-Land irgendwie dann Geld haben möchte dafür, dass er hier und da. Dann kommen wir wieder in diese Verstrickungen, wo wir am Ende wissen, Politik ist eigentlich nur organisierte Korruption. Niemand braucht es. Wenn die Politiker weg wären, würde es vielen in diesem Lande besser gehen. Vor allem, wir würden Geld sparen. Richtig viel an manchen Stellen. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Schreib sie mal unter dieses Video, abonniere den Kanal und damit ciao, bis bald.